Mehrere 10.000 Menschen haben auf den Kanarischen Inseln gegen den Massentourismus und die damit verbundenen Probleme für die Kanaren demonstriert. Demonstrationen unter dem Motto, die Kanarischen Inseln haben eine Grenze, fanden auf allen sieben Inseln des Archipels statt. Der Tourismus macht 35% des Bruttoinlandsproduktes der Kanaren aus und stellt fast 40% aller Arbeitsplätze. Doch wird der Massentourismus für hohe Mieten und die Trigeläne verantwortlich gemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017